Ich kann nicht glauben, was in der Notenmeldung steht. Haben die etwa die Lösungen verdreht? Ja, die Einsicht fällt mir schwer, fünf Monate ist die Prüfung her. Was war das für ne Kompetenz? Wieso erinnere ich mich nicht mehr? Jedes Semester ein Wiedersehen und werde ich es auch nie ganz verstehen. Irgendetwas muss ja immer bleiben. Doch wer bei ihnen A5-0 kassiert, wird nicht so einfach wegradiert. Sie sind einfach nur ziemlich klein, nicht in der Prüfungsschnitt verpeiligt. Das Studium ist nicht ruiniert, sie hat dann ganz dezidiert. Eigentlich wollen sie nur die Einsicht. Wir umschreiben hier nicht, wir paraphrasieren. Nach zwei Wiederholungen hab ich's endlich geschafft. Nun ist alles vorbei, das hätt' ich nie gedacht. Es war so schön mit euch, doch nun ist es für immer aus. Ihr bleibt in meinem Herzen, Günther und Klaus. Klaus 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 Klaus